Bist du im God-Mode? Das ist geil! Ich kann dich schlagen! Das werde ich sicher noch ausnutzen. Also, liebe Zuschauer von dem Kanal von Neverguest, der Herr Neverguest genießt es, seine Let's Play-Koop-Partner zu schlagen und zu misshandeln. Naja, am Ende wollen die doch Geld dafür, deswegen muss ich da einfach ein bisschen Einheit gebieten, weißt du? Ja, hier, rück mal Geld raus und dann schlage ich der bei Minecraft zu Tode und dann, nein, bitte nicht, behalte dein Geld und dann, weißt du wie? Nimm noch meins dazu! Ja, genau! Nimm noch meins dazu! Plus, Betty tyrannisier mich nicht bei Minecraft! Alter, ja. Oh Gott, der Humor, du weißt, wo es hinführt. Ich brauche neue Wolle, ich habe nichts mehr. Weiß und schwarz, ich brauche beides. Ich habe ein Pferd gebaut! Alter, das sieht aus wie Godzilla, guck mal von der Seite. Ja, ja, ich sehe es gerade! Ich habe mein Bruder schon eines Pferd gebaut! Warte mal, warte mal, warte mal! Mama darf ich es behalten? Nein, wir wissen nicht, was es ist! Ey, ey Bruder! Oh, da oben nochmal so ein Stück Wolle drauf, dann hast du Einhörner! Warte, 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 warte! Ey, und da könntest du doch, da wo du gerade den Block hingesetzt hast, ne? Da war doch vielleicht so ein Schädel zwischen. Ich versuche ein ordentliches Pferd zu bauen! Ich krieg das hin! Troja hat es auch hingekriegt! Wer hat es hinbekommen? Troja! Ach, Troja! Ne, das waren doch gar nicht die Trojaner, wer waren das? Wer ist denn nach Troja einmarschiert? Wer war denn das? Römer? Boah! War das die Römer? Wer ist das gegangen? Geschichte! Und man will nicht glauben, dass ich Geschichte zu meiner Prüfung hatte! Und mit einer 2 Plus rausgekommen bin! Google macht's möglich! Ähm... Genau, Google macht's möglich! Das ist das schönste Pferd, was ich in meinem Leben je gesehen habe! Komm, der hängt da noch so ne Hexennase dran! Was hat denn das für... was hat der denn für... was hat der denn für eine Penisnase, ey? Das ist nicht Zwergnase, das ist eine Schwanznase! Ich muss mal ganz kurz... Lachen! Ich muss mal ganz kurz... Minecraft... Schach... Springer... eingeben! Mal gucken, ob's da Bilder dazu gibt! Ey Digga, das ist... das ist... das ist... Zwergnase hat ne ganz neue Bedeutung! Ich hab mein Handy grad gehört! Doch man hat das nicht gehört! Minecraft... Schach... Brett... Die wird aufhören, in die Gruppen zu schreiben, irgendwie die dritte nochmal ein Handy! Hey! Die hat sich natürlich einfach gemacht, er hat einfach ganz andere Figuren genommen! Das ist extra nochmal für die Zuschauer, weil grad die Sonne aufgeht! Das ist extra nochmal für die Zuschauer, weil grad die Sonne aufgeht! Alter, du musst dich mal zu der... du musst dich mal zu der Box stellen! Das ist richtig creepy, man! Weil das dann noch viel intensiver warst! Vor allem mit deinem Gesicht dazu noch! Ich will das hören! Hallo! Ich will das hören! Hallo! Sogar in der weiß... sogar in der richtigen Farbe hochgespielt! Wollen wir mal kurz, ich will kurz die Gesicht wechseln! Sieht das fährt jetzt nicht schön aus? Warte kurz... Oh mein Gott, was ist das? Wusstest du eigentlich, dass diese Schallplatte, ne? Diese, die wir gerade gehört hatten, dass die keinen richtigen Namen hat? Es hat regelrecht nur ne Zahlenfolge, dass sie da aussuchen... Ich sage es jetzt lieber nicht... Nach der kommen Kinder, die deinen Kanal... Das geht doch, das geht doch, oder? Warte kurz... Also... vielleicht... Auch nicht... Ich bin ja immer noch dafür, dass man da so ne... Warte... Man da zum Beispiel... Wieso? Keine Ahne... Klar, warum nicht? Nein... Ich meine... Dann kannst du zum Beispiel sowas... ...dass du hier so nen weißen Kopf drin machst... ...und auch auf der anderen Seite da so schwarze Köpfe... Warte mal, ich glaube ich hab's langsam... ...warte mal, ich glaube ich hab's langsam... Jetzt sieht doch ganz fresh aus... Was meinst, was meinst du? Ja... ...gut aus... Ne, das sieht ja aus wie das Eurozeichen... ...dann kannst du mit nach Griechenland gehen... ...mal weg... Ich bin natürlich heute wieder total sozial... Naja, immer... ...bist halt du ne... ...ja... ...aber ich bin schon ein netter Let's Play-Parten... ...ich bin ruhig... Bitte geh ich da hin... Okay... ...nach der Aufnahme... ...ja, was? Ich find das Pferd eigentlich so okay... Hm... Ich bin nur am überlegen... ...ob du wirklich in weiß bauen solltest... ...oder ob du in braun bauen solltest... ...also anstatt schwarz oder sowas, dass du braun baust... ...so Holzfarben, weißt du? Ja, ich kann... ...ich... ...wird's... ...schon schwarz-weiß nehmen... Okay, wegen dem Schachtbrett jetzt alleine auch, ne? Ja, aber es soll so ein bisschen älter aussehen, weißt du wie... Hm... Ey, wir sind gleich fertig mit dem Schachtbrett... ...du bist gleich fertig mit dem Schachtbrett, meinst du? Ähm... ...ich vergesse nicht, also... ...ich kann mir... ...mit dem Lohn, den ich hier kriege für... ...kann ich nicht mal zu McDonald's SMS gehen... ...ich habe nicht mal zwei Euro... ...hahaha... 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 ...creepypasta-Kind hat Hunger auf Meckes, aber hatte ich das Geld dazu... ...unterstützt Kinder in Not... ...hahaha... ...hahaha... ...oder was? ...so ungefähr, ja... ...jetzt gefällt's mir eigentlich ganz gut... ...joh... ...scheiß Pferd... ...ich bin doch nett, holt mich hier raus... ...ja... ...hahaha... ...hahaha... ...ich bin ein Abt von meiner selbst... ...was? ...has... ...hast du jetzt eigentlich alle Schallplatten geschickt gehabt... ...äh... ...runtergeworfen habt? ... Sony... ...ja ja, aber du hast doch viele... ... ganz viele nicht abgespielt... ...doch, aber da sind viele Doppelte... ...gumm mal in die Kiste... ...weg die jetzt so wieder zurück... ...habaradadada... ...habaradadadada... ...habarada... ...habar... Weißt du was für geschildert ist? So, dass es meine Mom und mein Dad nicht juckt, egal wie laut ich meinen Bass habe, ne? Irgendwie so. Wurzest du im Haus oder in deiner Wohnung? Haus. Ja, genau, das ist natürlich geil. Ja, aber meine Eltern juckt das auch nicht. Ich mein so, mein Vater zum Beispiel so, entweder machst du Musik leise oder du machst die Tür zu. Ja, dann mach meine Tür zu. Ja, okay, bei einer Wohnung kannst du es natürlich nie machen. Das einzige Geile wäre natürlich, wenn du so eine hörgeschädigte Oma hast, so unter der Wohnung, und du sagst so, hier frisst Techno Musik und dann erstmal so aufdrehen. Frisst Techno, Alter! Frisst Techno! Das ist ja alles die Gute. Ich hab morgen Schulung. Viertel vor zehn. Ja, ich werde die Aufnahme glaube ich auch gleich beenden. Irgendwie reden wir eh nur noch scheiße. Ich meine, unsoziale Fäkal weiter sollten wir weglassen. Wie Creepypasta Kind? Auch. Das ist, weißt du, das ist genau, das ist genauso schlimm wie Haftbefehl. Ja, ja, da stimme ich dazu. Ich seh eine von ihnen. Ich seh eine von ihnen. Ein meiner Gäste. Irgendwie sieht der Tom imposanter aus als mein König. Imposant. Äh was? Es gibt wirklich so Spitzer, die sind einfach schlecht. Und es gibt dich. Ja, aber ich bin ja wenigstens gut und ich bin groß, gebräunt und gut aussehend oder so. Keine Ahnung, ich bin ein Toastbrot. Keine Ahnung. Ja, beim Letzteren stimme ich dir vielleicht zu. Ich hatte so eine Freundin neulich als Status drin so. Toast. Und so. Dinger. Wasch da los und sie haben Status. Vorher mal meinte sie so. Hat sie so einen Status stehend für ihren Freund so. Jai, ich liebe dich. Und danach so Toast. Und sie raus. Warum nicht? Wenn die Jugend nichts mehr... Wenn der Jugend nichts mehr einfällt. Toastbrot. Das kann man sogar toasten, dann hat's noch einen größeren IQ. Kennst du dieses Video von dieser einen... Das ist so eine YouTuberin. Und die ist total dumm. Also dummer als ich. Ich brauche schwarze Wolle. Nein. Auf jeden Fall macht die irgendwie so... Egal, ich erfahre jetzt lieber aufs Groot. Das ist irgendwie... Das würde deine Abonnenten so vergrauen, weil die so dumm ist. Mach das. Das reicht ja schon, dass ich da bin. Wobei jetzt so together, Let's Face, wo ich auch mit dabei war, scheinen ganz okay zu laufen auf deinem Kanal. Jaja, die Leute sehen dich gerne. Ja. Kann ja nicht immer professionelles Gameplay sein, weißt du wem. Muss auch mal sowas wie du dabei sein. Ja, richtig. So ne Unterbesetzung. Die Kartoffeln schälen oder sowas. Die Kartoffeln schälen. Ich bin die Unterbesetzung, die Kartoffeln schälen. Wie geil ist das denn? Ich bin die Unterbesetzung, die Kartoffeln schälen. Nein. Was tut sie hier, Kartoffeln schälen? Okay, ich brauche jetzt komplett neue Wolle. Okay. Komm mal zu dich. Was meinst du zum King? Sieht ja aus wie so ein Grabstein Ja, er soll also ein bisschen dieses König-Symbol sein, wisst du mir? Da muss das Serguls-Reibchen oben drauf sitzen Ich bin am überlegen gerade, wie ich's mache Oh, diese Musik, ich muss die Blöcke leiser machen Ich hab die Blöcke auf 100% Ey, gönn dir jetzt gerade mal den Beat von dieser Schallplatte Und guck mal, wie die Sonne untergeht Normalerweise könnten wir uns nebeneinander stellen Und du würdest ein Thumbnail machen, während die Sonne untergeht Hättest du ein Thumbnail für deine Folge Dann lass uns mal so rumdrehen So rum? Ja Warte Ich hab den Eden-Apfel in der Hand Jetzt ist es zu spät, die Sonne ist unten Scheiße Wir sind professionell Professionell Ja, was? Bruch immer noch Wolle Moment F1 Hey, komm her, hier ist Wolle Sie haben Post Sie haben Wolle Sie haben Post Sie haben Post Wolle. Ach du brauchst schwarze Wolle. Ja. Scheiße, ich hab dir extra weit von weißem Wolle gegeben. Ja, ich brauch halt auch schwarze, weile. Ja. Warte, das rosa Wolle, die will ich haben, damit baue ich jetzt ein Fels. Gehen in den Weg. Ja, mei. Oh nein. Was baust du denn für den Scheiß? Du baust schon wieder alles mit weißem Wolle. Ich hab ja keine schwarze mehr. Doch, ich hab dir welche gegeben. Ja, jetzt. Aber vorher eigentlich. Du hast einfach mit weißem Wolle weitergeboten. Ja.